Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 21. August. Heute haben wir dabei Microsoft Edge, Apple Music, Shazam, Google Go und Netflix. Ja, für alle, die es nicht mehr erwarten können, der Microsoft Edge Browser steht kurz vor der Veröffentlichung für euren Mac. Ja, es gibt jetzt eine Beta-Version, das soll wohl dann die letzte sein vor der richtigen Veröffentlichung. Und dann ist der Microsoft Edge auch endlich für euren Mac zur Verfügung und hat halt eingebaute Suchfunktionen für Bing. Ein Internet Explorer Mode, der simuliert dann den Internet Explorer 11, ganz toll, aber leider wohl nötig, weil immer noch 60% aller Unternehmen in der Welt den Internet Explorer benutzen müssen. Und ja, Windows Defender ist auch, glaube ich, noch mit am Start, um halt irgendwelche Seiten, die euch nichts Gutes wollen, zu entdecken und euch zu schützen. Also, wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr euch die Beta angucken, ansonsten wartet ihr auf die volle Variante oder euch ist das total egal. Eine andere Sache, die vielleicht nicht euch oder jedem total egal ist, ist Apple Music auf Amazon Echos. Das sollte auch schon länger da sein, ist jetzt endlich da, ihr müsst dafür ein Skill aktivieren und dann könnt ihr ganz einfach in der Alexa-App unter Musik entsprechend Apple Music als euren Dienst einstellen und dann entsprechend natürlich auch ganz normal die Musik abspielen, so wie ihr es gewohnt seid, auch von Spotify, Deezer oder was auch immer ihr sonst vielleicht schon mal benutzt habt auf einem Apple, ne, auf einem Amazon Echo. Mensch, ey, heute ist aber auch kein guter Start für mich, zu viele Versprecher, aber egal. Ab zum nächsten Thema, Apple Music, wenn wir schon dabei bleiben. Apple Music, oder beziehungsweise Apple, hat ja Shazam gekauft und haben damals 400 Millionen dafür bezahlt in 2018. Shazam ist ja die App, wo ihr einfach mal drauf drückt, wenn ihr ein Lied nicht kennt, dann hört die App kurz zu und sagt euch, was für ein Lied das ist. Und die Daten, die Informationen, die fließen jetzt auch in eine Top 50 Liste, die ihr auf Apple Music dann anhören könnt, die Shazam Discovery Top 50. Und da sind dann, ja, neue Künstler, die anscheinend, ja, gerade beliebter werden, weil Leute sich nach den Liedern erkundigen über Shazam. Und so könnt ihr vielleicht neue Musik, neue Künstler entdecken. Google, die haben jetzt Google Go rausgebracht. Das war gut früher als Google Search Lite bekannt. Und Google Go ist nur 7 MB groß und sorgt dafür, dass, ja, mit wenig Speicherplatz auf dem Smartphone trotzdem viel gemacht werden kann. Es soll halt schneller gehen. Es bringt auch Webversionen, diverse Anwendungen mit. Hat Google Lens integriert und auch eine Vorlesefunktion. Ja, ich glaube, wir brauchen das alle nicht unbedingt. Vielleicht ist es schneller, müsste man ausprobieren. Denn unsere Smartphones sind, glaube ich, alle sehr gut ausgerüstet und Speicherplatz ist jetzt nicht unbedingt, oder zumindest nicht für so ein paar Apps. Das große Problem der meisten Menschen. Letztes Thema für heute. Netflix, die haben auch ein neues Feature. Und zwar Latest, also neueste oder demnächst. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutsch heißt. Ich habe es mir auch in Deutsch nicht angeguckt. Aber Latest ist ein Bereich, wo Netflix Werbung gemacht für neue Serien und Filme, die demnächst auf der Plattform zur Verfügung stehen. Und das ist nicht einfach nur eine neue Reihe auf dem Netflix-Startbildschirm, sondern das ist wirklich ein Bereich, der auf der linken Seite in der Navigation verankert wird. Und auch noch über Movies und TV-Shows. Also sehr prominent. Und über den Zeitraum, wenn man es nutzt, oder Netflix generell nutzt, wird auch der Bereich dann aktualisiert und personalisiert. So dass ihr anhand eures Geschmackes, das was ihr sonst guckt, auch die Vorschläge für die Zukunft bekommt, was bei Netflix noch ansteht. Ist natürlich auch ein kleiner Trick, um Leute bei der Stange zu halten. Denn wenn man weiß, was demnächst irgendwann mal kommt, dann verlängert man das Abo vielleicht doch, beziehungsweise kündigt es nicht. Ja, ich bin gespannt, ob ich es nutze, aber irgendwie nutze ich immer weniger Netflix, von daher. Ja, ich bin auch gespannt, ob ihr morgen wieder zuhört. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten habt einen tollen Mittwoch. Bleibt positiv und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.